Fliegen ist der wohl älteste Traum des Menschen. Und fliegen ist im Windwerk Indoor Skydiving in Winterthur möglich. Bald ist es auch im Climb in Abu Dhabi möglich, in der neu weltweit grössten Indoor-Flugkammer mit einer Breite von 10 Metern. Deshalb lud das Abu Dhabi Department of Culture and Tourism zu einem Workshop ins Windwerk, wo die anwesenden Branchenvertreter das Fliegen mit dem eigenen Körper unter fachkundiger Anleitung lernen konnten. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Angesichts der Grösse des Climb in Abu Dhabi fragt man sich, wie das Ganze wohl dort aussehen wird. Ab dem 29. November 2019 können sich Reisende nach Abu Dhabi dann selber davon überzeugen. Und natürlich, im Anschluss an den Flug gab es nebst Infos zum Climb, bei Häppchen und Getränken, noch weitere spannende Infos zu Abu Dhabi. und auch die Anlage der Großartien, noch weitere spannende Infos zu bieten. Vielen Dank.